Die Blondine hatte ihren Latin-Lover eigentlich schon vor geraumer Zeit in die Wüste geschickt, als sie die Nase von seinen Eskapaden voll hatte. Sie fand Trost bei Paul, der ihr zunächst als Freund zur Seite stand, und die beiden verliebten sich schließlich ineinander, ein Moment, auf den viele GZSZ-Fans lange gewartet haben. Im Gegensatz zu Tobias' Nichte ist Carlos aber weiterhin fest davon überzeugt, dass er ihr Herz zurückgewinnen kann, auch wenn er noch nicht genau weiß, wie er das am besten anstellen soll. Bei einer Halloween-Party im Mauerwerk muss er aber einen herben Tiefschlag hinnehmen, denn er belauscht seine Herzdame zufällig bei einem Gespräch auf der Toilette, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Der als Teufel verkleidete Geschäftsmann will eigentlich nur vor dem Spiegel sein Outfit checken, als er plötzlich eine ihm wohlbekannte Stimme aus einer der Kabinen vernimmt. Ja, die Party ist echt cool. Schade, dass du nicht da bist, säuselt sie am Handy. Ich vermisse dich auch. Bei diesen Worten entgleisen Carlos sämtliche Gesichtszüge. Mit wem spricht seine Angebetete da nur? Lange muss er nicht auf die Antwort warten, denn Alicia schaltet kurz darauf ihre Handykamera ein. Hey du, ich wäre jetzt so gern bei dir, ist nun auch ihr Gegenüber zu hören. Carlos geht näher an die Toilettenkabine heran, um besser lauschen zu können. Dann müsstest du aber auch mit mir tanzen, das ist dir schon klar, oder? Lässt Alicia ihren Gesprächspartner wissen. Für dich tanze ich sogar nackt, entgegnet der und zaubert ihr damit ein Lächeln ins Gesicht. Als Carlos erkennt, dass es sich bei dem Typen am anderen Ende der Leitung um Paul handelt, verfinstert sich seine Miene schlagartig. Passend zu seinem Kostüm hat er einen geradezu diabolischen Gesichtsausdruck, der nichts Gutes erahnen lässt. Passend zu seinem Kostüm hat er eine Kostüm hat er. Passend zu seinem Kostüm hat er.